Hi, ich bin Aaron und ich nehme euch heute mal mit für die Nochmall. Die Nochmall ist das gebrauchbare Kaufhaus der Berliner Stadtreinigung und hier findet ihr auf über 2000 Quadratmeter wirklich alles. Und das Schöne ist, wenn ihr was kauft, dann gebt ihr guten gebrauchten Sachen ein zweites Leben. Für mich ist die Nochmall wie so ein Flohmarkt Plus. Ihr wisst vorher nicht, was euch hier erwartet und was für Schätze ihr bei eurem Besuch finden werdet. Und das Schöne ist, ihr könnt ja bei Wind und Wetter shoppen, weil ihr habt ja ein Dach über dem Kopf und die ganzen Geräte, die ihr kauft, die sind auf Sicherheit und Funktion geprüft. Oh, original verschweißt. Und das Schöne ist, wenn ihr mal nicht zufrieden seid oder etwas kaputt ist, könnt ihr das Ganze 14 Tage lang gegen Erhalt als Gutscheins umtauschen. Und bei Elektrogeräten gilt die Garantie sogar ein Jahr lang. Ja, Melanie, wo bekommt ihr dann die ganzen coolen Sachen her, die man hier bei euch kaufen kann? Also zum einen sammeln wir auf drei Recyclinghöfen in der Gerade Straße, in Zehlendorf und in Reinickendorf hier direkt. Und man kann auch an unserer Warenannahme direkt hier im Kaufhaus Waren abgeben. Neuerdings in der Ruppiner Chaussee auch Kleinmöbel. Und wenn ihr jetzt hier so gucke, das sieht ja hier so nach Veranstaltungsbereich aus. Bietet ihr denn auch mehr als Gutes Gebrauchtes? Wir bieten noch viel mehr als Gutes Gebrauchtes. Wir sitzen hier direkt auf der Veranstaltungsfläche. Hier finden Workshops rund zum Thema Repair, Upcycling, alles rund wirklich um die Wiederverwendung statt. Jeden Donnerstag bieten wir beispielsweise Repair-Café. Wir haben aber auch jeden ersten und dritten Samstag im Monat Auktionen, die ein Kollege von uns betreut. Und ja, also Vorbeikommen lohnt sich in jedem Fall immer. Und bei so einem vielschichtigen Thema kooperiert ihr wahrscheinlich mit Initiativen und anderen Unternehmen, oder? Wir bieten Startup-Unternehmen alles rund zum Thema Upcycling, Reuse, hier direkt Flächen, wo sie ihre Waren verkaufen können oder ihr sie auch kaufen könnt. Das sind unter anderem T-Shirts aus alter Bettwäsche, das sind Hüte aus alten Kaffeesäcken und noch viel mehr. Zudem aber nicht nur Produkte, die wir anbieten, sondern auch Dienstleistungen. Das heißt, über die Firma ReShoes, auch ein Startup-Unternehmen aus Berlin, kann ich meine Schuhe, die vielleicht reif für die Tonne sind, wirklich wieder so aufarbeiten lassen, dass sie wie neu aussehen. Und genau das Gleiche auch mit meiner alten Pfanne. Ist meine alte Pfanne zerkratzt, sodass sie eigentlich reif für die Tonne wäre, dann gebe ich sie habe, dann wird sie neu beschichtet und dann ist sie neu, spart Ressourcen und auch Geld. Ja, das war mein Besuch in der Nochmal. Ich habe für die ganze Familie eine Kleinigkeit gefunden und kann euch auch nur empfehlen, kommt vorbei, stöbert ein bisschen, entdeckt kleine Schätze und Perlen. Lohnt sich auf jeden Fall. Macht's gut. Auf Wiedersehen! La